So, wo ist er denn? Mambo. Mambo, du bist heute dran. Du kriegst heute die große Pille eingeführt. Mambo will das nicht. Mambo will das nicht. Komm ran, Junge. Lass Mambo in Ruhe. Mambo, ich hab vorne was drauf gemacht. Alter, wo fliegt er hin, Mambo? 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 Was ist mit dir passiert? Wo bist du hingeflogen? Ich bin bis rüber zum Herrenklo geflogen. Mambo, durchfall. Oh mein Gott. Ja, wir spielen Zookeeper Simulator. Riesige Haufen, guck mal, die sind kniehoch, wenn ich daneben stehe. Kniehoch. Ja, gib mal her den Riesenhaufen, guck mal hier. Alter. Mambo. Komm schon. Ich bin riesengroß und fett. Wie kann ich so weit wegfliegen? Ich hab mich flach hingelegt und ich hab einen niedrigen Schwerpunkt. Ich brauch mehr Haufen. Wir spielen den Zookeeper Simulator. Ein realistisches Simulationsspiel im Alltag eines Zoobärters. Es ist ein Simulator. Es ist ein Simulator. Was? 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 Wie er sich selbst in die Luft sprengt. Mambo, komm, du musst zum Tierarzt. Nein. Mambo. Mambo will das nicht. Mambo, was hast du in deinem Mund? Was zur Hölle? Mambo. Scheiße. Was machst du denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich krieg das nicht hin. Warum spielen wir sowas denn immer? Ich muss ein Zebra heilen. Warte. Wo bist du? Wo bist du ein Zebra? Hallo Zebra. Schönen guten Tag. So, geht wieder. Herr Zoo-Werther, wo sind Sie? Ich tanze dem Zebra gerade was vor. Mambo möchte spielen, Herr Zoo-Werther. Deine Beine bewegen sich gar nicht. Was ist das? Alter. Warte. Ruf den Chef an. Oh Gott. Er hat mich ins Wasser geschlossen. Ich bin bewusstlos. Ruf den Chef an. Du willst das Pferdchen hier retten? Nicht mit Mambo, du. Komm mal hier. Boah. Was ist das denn? Ich brenne. Die Feuer. Boah. Oh Mann. Oh Mann, das ist so dumm. Stopp. Stopp, Zebra. Stopp. Ich komme nicht mehr auf die Beine. Zebra-Kroos. Hä? Hä? Hier. Nein. Ich werde dich vernichten, Zoo-Werther. Ich werde dich vernichten. Ich muss irgendwie ein Zebra heilen, aber es geht nicht. Hier drüben liegt doch eins. Hier, guck doch mal. Hier ist eins. Das habe ich überfahren. Das kannst du heilen. Ja, aber das steht mit Bandagen. Da musst du erst mal Bandagen besorgen. Soll ich es mal tasern? Ja, es hilft bestimmt. Guck mal hier drüben. Na, junge Dame, haben Sie Spaß hier in unserem Zoo? Ich bin Mambo. Ich bin... Bam. Alter. Oh Gott. Warten Sie. Ich werde dich zur Hölle machen. Oh. Ich habe mich aus Versehen selbst geteasert und auf die Frau gepinkelt. Oh mein Gott. Wirklich? Das ist gepinkelt? Wobei die schreien. Hier, zack. Dieser Elefant ist grausam. Niemand kann Mambo aufhalten. Niemand. Ach guck mal, hier ist so ein Fotoding. Mambo will Blut sehen. Oh Gott, ist das Spiel fertig mit der Welt. Das ist mal fertig mit allem. Oh, was habe ich denn hier? Oh nein! Wärterli, wo bist denn du? Vorsicht, hier drin sind viele zerbrechliche Gegenspände. Bist du im Burger Queen? Nee, auf der anderen Seite. Den fange ich mit dem Rüssel, du. Weg! Hier, Stuhl. Der Zoo-Wärter muss leben. Okay, ich muss meine Mission verfolgen. Ich muss meine Frau nicht hochheben. Ich muss meine Frau hochheben. Ich muss den Zoo-Wärter unbedingt vernichten. Kann ich hier drin nichts machen? Wir haben herausgefunden, über die Personalforschung, dass der Zoo-Wärter Nazi ist. Er macht zwangshaft den Hitler-Gruß. Rein mit dir! Ich komme da nicht rein, ich bin zu fett fürs Aquarium. Oh, ein Riesenrad. Ich will ins Riesenrad. Kann ich ins Riesenrad? Was ist das hier? Mambo will Riesenrad fahren. Mambo ist wie King Kong. Er klimmt das Riesenrad. Ey, was soll denn das? Das ist Elefanten-Mobbing. Aua! Ja! Was? Ja, und die haben wir zackt mit dem Taser. Ey, ey! Oh, Alter! Oh, 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 oh! Ich flüchte einfach durchs Löwengehege. Oh! Oh! Alter! Oh nein! Ah! Alter! Arr! Arr! Ich mache es mit meinem Gruß. Ich grüße euch, ihr Löwen. Schönen guten Tag, meine kameradischen Löwen. Ich bin eigentlich der Gute. Ich muss diesen Nazi-Zoo-Wärter stoppen. Nazi-Zoo-Keeper. Alter! Was ist denn? Kamel rennen, Jungs! Mambo und der Zoo-Wärter, sie hatten so viel Spaß im Zoo. Oh Gott! Oh Gott! Kannst du, können wir das hochladen? Ich weiß nicht. Hier sehen sie. In der freien Wildbahn lebende Elefanten. Oder einen völlig gestörten, in Zwang lebenden. Das wird ein PETA-Video wieder. Das passiert, wenn ihr Tiere einsperrt. Ich bin in Gefangenschaft groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Ich kenne es nicht anders, Leute. Weißt du, wo die Affen sind? Ne, die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich werde sie reiten. Und melken. Mambo will jedes... Ich mache Zoo-Bingo. Zoo-Melk-Bingo. Weißt du? Jedes Tier im Zoo wird einmal von mir abgemolken. Oh, so richtig wütende Affen. Oder? Das sind keine Affen. Was ist das? Hilfe! Was passiert? Oh mein Gott. Mambo wird schon wieder von den Affen angegriffen. Nein. Ich habe hier eine Löwen-Mama. Eine richtig wütende, die es richtig pisst. Oh Gott. Oh Gott. Ich unterwerfe mich. Ich unterwerfe mich. Der liegt auch am Boden. Ich habe es dir blöd. Ey, ich habe hier einen schlafenden Jungen im Affengehege gefunden. Wo ist das Affengehege? Ich will es auch sehen. Oben bei den Elefanten. Oben bei den Elefanten. Der Zoo-Wert hat einen Jungen mitgenommen. Ja, so kennen wir ihn. Der Zoo-Wert hat schon wieder einen Jungen mitgenommen. Dauern verschwinden hier Kinder. Ah, was? Mambo wird den Jungen retten. Nein. Das ist mein Junge. Ich habe ihn im Affengehege gefunden. Er gehört mir. Ja, ich habe Müll. Hier. Ah, ah, ah. Ich habe ihm eine Schelle gegeben, damit er sich das mal merkt. Ja, sonst kommt er. Ah, nein. Oh, guck mal, ich mache die große Tour. Hier, Schickbomben. Kann Mambo da mit rein? Mambo kommen mit. Mambo machen die Tour. Kann Mambo auch einsteigen in den Wagen? Ich bin nur ein Elefant in einem Fahrzeug. Oh, Mann. Oh, wie cool, oder? Das ist eine umfangreiche Tour. Ja, warte. Du musst weiterfahren. Um die Ecke kommt was Gutes. Oh, wie spannend. Das mache ich seit 30 Jahren, stehe ich hier und tanze den Enten-Tanz im Fischbereich. Ich sorge auch für Sicherheit. Ohne mich würde es Tote geben. Du brauchst eine Bandage. Da oben ist ein Veterinäramt. Ich wette, da kriegst du so eine Bandage. Was? Beim Veterinäramt? Veterinäramt? Ja, bestimmt. Er kennt das Spiel schon wieder. Wahrscheinlich schon wieder 30 Spielstunden. Ja klar, ESL, Mambo. ESL Zoo Experience. Guck mal, das Ding kippt. Das Ding kippt ja beinahe in der Kurve. Ich sehe kein Veterinäramt. Doch, das ist da oben. Kann ich einen Affen mitnehmen? Mambo will wieder Affen angraben. Ich will so einen Affen verschleppen. Vielleicht gibt es ja in den Toiletten was. Ich will einen Affen verschleppen. Warum geht das denn nicht? Hier ist eine Baustelle. Hast du schon die Bananen? Hast du gar keine Bananen denen gegeben? Nee, weil ich nicht weiß, wo die Bananen sind. Dann bestimmt hier oben in der Hütte. Ich habe einen Affen umgeschrubbt. Und jetzt ertränke ich ihn. In seinem eigenen Urin. Alter, was macht der Mann? Leute, das geht so nicht. Weißt du schon, da hinten beim Tigerkäfig, da gibt es ja richtig geile Sachen. Ja, genau. Da werde ich wahrscheinlich gefressen, oder? Ja, wahrscheinlich. Musst du ausprobieren. Sag mal, wo bist denn du? Unterwegs. Ja, wo ist denn der Zuwärter? Hier liegt eine schwerkranke Giraffe. Ich weiß, dass sie schwerkrank ist, weil ich sie verprügelt habe. Oh, ich brenne. Hast du gesehen? Alter, was ist passiert? Oh, da fliegt ein anderer Elefant. Was geschieht hier immer? Alter, die Rackdoll-Effekte sind so geil, wie ich auch da liege. In meinem eigenen Stuhlgang. Das ist echt witzig. Komm herzu, Werzer. Ich will es beenden. Nein, guck, ich habe noch halbe Energie. Ich werde dich töten. Wo ist das? Hast du Bandagen? Wo ist das? Wo sind die Bandagen? Ich will mit dem Lift mal eine Runde drehen. Boah, hier ist dick. Kacke, ne? Also da muss irgendjemand wegmachen. Ich habe hier hingeschissen. Was war denn das? Hier ist eine Parkbank experimentiert. Was ist da los? Er da hinten. Er dampft die einfach ab. Tannmodus! Hier ist die Burger Queen. Irgendwas cooles. Das ist illegal, hier abzudampfen. Was hat er denn hier? Bam! Ach, Mist, er nicht. Au! Mambo! Mambo's Rache wird qualvoll. Mambo, wer hat dir das Bein gebracht? Habe ich abgeguckt. Mambo-Rambo. Ja, das ist, irgendwann gucken sich die Tiere unsere Kriegstrategien ab. Ja, ja. Und dann werden sie uns vernichten. Ich mache die ganze Zeit oft dumm, aber in Wirklichkeit bin ich hochintelligent. Ich bin der Master-Zoo-Wärter. Boah, das ist ja ein geiles Restaurant hier. Warte mal, ich sehe schön was. Wenn ich das fahren kann, dann hat Mambo endlich die ultimative Kontrolle. Dann kann Mambo endlich Geld verlangen. Weißt du, das Geiseldrama hier. Alter, hier sind Steinpaletten, du. Guck mal, der macht hier gerade so eine Mittagspause. Jetzt pisst dich. Mambo übernimmt jetzt den Laden. Okay, so Werther. Von dem du erzählst. Ich würde sagen, du solltest aufgeben. Ich habe Geiseln. Wie was? Ich werde den Zug entgleisen lassen. Was? Welchen Zug? Wenn du mir nicht das gibst, was ich will. Alter! Boah, wie die um die Ecke klatschen. Alter, du hängst fest. Die Seile wird über... Was geht hier ab? Alter! Mambo hat Geiseln. Ihr solltet Mambo bezahlen. Mambo, lass die Geiseln frei. Mambo... Oh, nein. Ruf Fabra an! Boah, was war das? Was passiert hier? Was ist mit dem Baum? Oh, guck. Oh, Gott. Alter. Hier hängt alles fest. Guck dir das mal an. Oh, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ich mache dich fertig. Mambo gewinnen. Gegen die Poller. Gegen die Poller geflogen. Okay, ich gehe hier rein. Oh, nein. Mambo hat dich in seiner Gewalt. Mambo hat sich... Was? Ich bin hingefallen. Wie kann das sein? Schönen Gruß, mein Freund. Ich grüße dich. Wie geht es dir? Hallo. Hallo. Mambo kommt, ne? Mambo kommt. Ich spreche zu meinen Elefanten. Hallo. Na? Niederes Volk da unten. Mist. Hier oben kannst du mir nichts anhaben. Ich bin unbesiegbar. Du Feigling, komm runter. Ich bin unbesiegbar. Ich werde über die Pyramiden fliegen. Es ist so blöd. Es ist so blöd. Ich werde dich da runterholen. Jetzt zerstört das Kamelgebäude. Ich werde alles zerstören. Okay, Barbara. Ich kann ihn von hier oben sehen. Er geht ins Kamelgehege. Ey, was war denn das? Boah! Boah! Was war denn das? Jetzt fliegt er da rüber zu den Delfinen. Ich werde die Delfine töten, wenn du nicht runterkommst. Ich schwöre es. Ich bring sie um. Ey, die Delfine. Lass die Delfine in Ruhe, Mambo. Ich werde die Delfine töten. Au! Alles hat wehgetan. Verdammte Säugetiere müssen dran glauben. Was denken die, was sie sind? Er flieht mit einem Kamel. Ey, der lebt ja immer noch. Mein Kamel bleibt stabil. Ich werde dich platt machen. Ich nehme einfach auch einen Kamel. Was? Ich bin ein Delfin. Ich bin ein Delfin. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin ein Delfin. Ich komme mit meinem Kamel. Bist die Delfine aufhalten? Mein Kamel hatte gerade einen Pimmel. Was? Es lag auf dem Rücken, so breitbeinig. Und der Schwanz hinten ist nach vorne so durchgeglitscht. Ey, wo ist das jetzt schon wieder hin mit seinem Pimmel-Kamel? Hä? Ich bin immer noch im Delfin-Land. Ach hier. Er ist undercover. Cover. Ja! Ja! Ja, das war das kleine, feine Zoo-Werther-Spiel. Ich weiß nicht, können wir das jemals wieder spielen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch ein paar andere Tiere zu entdecken. Vielleicht kämpfen wir auch mal Tier gegen Tier. Wir werden sehen. Animal Wars. Bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen. Und Tschüss. Wiedersehen.